grüß gott so hier wohne ich mein zimmer im badezimmer nichts besonderes ventilator leider keine klimaanlage aber es auch nicht so schlimm jetzt schließen wir ab hier wir geben jetzt meine schlüssel ab wenn ihr konzeption von people hier also ist der weg jetzt hier zum strand wir haben einen kleinen kuhl hier hier rechts rum würde es zum ausgang gehen und auch denn das tennisplätze kann man von hier aus jetzt nicht sehen aber daher interessiert jetzt gerade wirklich nicht da ich bin ja das ist der weg jetzt hier zum strand auch da wollen wir frühstücken mittagessen abends party ist weil ich bin jetzt gestern angekommen haben noch keine party mehr bekommen heute haben soll die post abgehen naja mal sehen ein wetter ist bewölkt wir haben 30 grad ungefähr sehr angenehm alles nachmittags aufklären wir haben jetzt hier zwölf uhr war schon laufen um 8 oder 9 uhr frühstücken alles super ist jetzt ganz gut ganz toll da ich ja nach thailand verliegen wollte dass du mein ziel reise ziel war ja notgedrungen muss jetzt hierhin ganz schwere sache hier ist volleyball noch so hier ist das jungle gym guys make workout ok so time here the guys make workout here looks a little bit fit fitter than me ja dann ist hier darum frühstücken geräte noch da ist die sky schule tausch schule hat mal hier geht es zum strand und ja da tausch schule sky schule also alles direkt hier am start stage für die party so und dann sind wir schon am strand jetzt haben wir gerade hier haben wir ebbe und flut torsten hat mir versucht zu erklären oder mal kennt wenn es nach oben kommt was da hinten ist ich habe natürlich nicht verstanden aber ich denke mal das ist weit unten einmal kurz wieder kommen ja dann ist das projekt hier vorne wo der wo die steine hier sind und da hat was die steine obwohl es gleich hoch naja ich werde lieber in thailand aber man macht das beste draußen ok